Hey Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von TMBTS und SLWs Vlog. Heute zeige ich euch, wie man Männer zum Wein bringt. Dazu habe ich ihm wieder Richie Rich den Penner eingeladen. Und er wird heute von der Berliner Kabel Wurst den Schäffelgrad viel probiert. Bei diesem Schäffelgrad kommt er auf ungefähr 2,8 Berlinsgruppen für Leute, die es wissen. Sehr, sehr scharf. Okay Richie, du hast... Scheiße, Alter. Kannst langsam essen, oder? Ja, wenn du willst. Also ich würde schnell essen, aber... Ist einfach nicht. Ist einfach nicht. Zu Info, Leute. Ganz kurz zu Info. 2,8 Mio. Skopje. Das heißt, man braucht auch 2,8 Mio. Pass auf. Wenn ich mich irre, schreibt es in die Kommentare. Jetzt. Erster bis... Du musst immer sagen, wie du dich fühlst. Und, wie fühlst du dich gesetzt? Du schaffst es, du schaffst es. Jetzt geht's los, Leute. Langsam wird's interessant. Jetzt wird's noch stärker. Jetzt kommt alles in Rachen. Das ist auch blöd. 2,8 Mio. Stopp's dir rein. Ehrlich? Du musst dir reinschieben, alles. Scheiße. Ist einfach... Scheiße. Ich verfrisse, ich schaffte es dir rein. Leute. Nach der ersten... Nach dem ersten Stück. Nach dem ersten Stück. Wir sind bereits... Fast an dem Flan. Wie kommt sie da dran? Ich weiß. Aber es ist okay. Er hat sich danach wirklich... Es verdient. Beziehungsweise... Vorher hat er den Burgers gegeben bekommen. Bei der Nacht. Und jetzt hat er einfach mehr Hunger. Und ja. Spannend zu entschieden. Scheiße. So, ne? Ein Stück? Einfach reinstopfen. Du hast jetzt ein Stück gegessen, Mann. Ein Stück hat er erst. Der Engel hat 5 geschafft. Der Engel hat 5 geschafft. Und dann ist er... Zusammen gedrochen. Schaffst du? Schaffst du gar nicht? Okay. Dann hol ich mal. Jawoll! Nicht mal auf die Vorrat. Nicht mal auf die Vorrat. So scharf ist es also gar nicht. Eben. Du schaffst es. Lass mich nicht stehen. Es geht nicht. Okay. Du zitterst gleich. Du zitterst gleich. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Merkt ihr Leute. Deine Stimme fällt sich nicht. Nein. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Zeig mir deine Augen. Zeig mir deine Augen. Zeig mir deine Augen. Seht ihr Leute. Es dreht schon. Mit dem Weitereißen würde er losweinen. Ja, ichs weiter. Wenn du weinst dann. Ich bin geboren, Alter. Nee, Mann ey. Kannst du nicht. Passt du auf? Gut Leute. Danke Leute für die Challenge. Mensch, wir machen jetzt aber trotzdem weiter. Denn der Filmer, Maxi Weddy, bietet sich an uns den Rest aufzuerst. Also, tauschen wir die Kamera. Das ist Max Weddy. Es geht nicht weg, Alter. Es geht nicht weg, Sackle. Es geht nicht weg, Sackle. Es geht nicht weg, Sackle. 1 2 3 4 Jetzt hat er mehr geschafft als Richie Rich. 5 6 7 8 9 10 Und das ist das letzte, glaube ich. 11 Er hat alle 11 in kurzer Zeit verdrückt. Wie fühlst du dich? Auch wenn man dein Gesicht nicht sieht. Ja, und ich gut. Richtig gut? Keine Tränen, nichts? So gehört es. Ich bin am Hals. Und wie fühlst du dich? Okay, Leute. Jetzt habt ihr wirklich gesehen. Was? Currywurst, die die zu scharf ist, das Menschen macht. Kann ich noch ein Kamer haben? Kann ich noch ein Kamer haben? Kann ich noch ein Kamer? Ja. Ja. Könnt ihr noch ein Kamer haben? Ja. Könnt ihr noch ein Kamer haben? Okay. Richie, ein abschließender Satz für unsere Zuschauer. Irgendwas. So sollen die sich ficken. Nicht die Zuschauer. Ihr. Ich wollte jetzt so angestimmt. Angestimmt es. Ja. Richie, du schaffst es. Okay. Mit Kamerwett trinken wir dich gewinnen. Mit was? Mit Kamerwett trinken. Ja, war klar. Okay. Auch von zu dir sage ich tschau. Ciao. Ach so. Gebt.